Die stehende Säule. Körper geöffnet, geerdet, aufgerichtet, Steißbein lösen, unteren Rücken öffnen, Arme gerundet weit, Füße lebendig, die Atmung wahrnehmen, die Atmung wahrnehmen, die Atmung wahrnehmen. Die Atmung wahrnehmen, die Atmung wahrnehmen, die Atmung wahrnehmen, die Atmung wahrnehmen. Die Atmung wahrnehmen, die Atmung wahrnehmen, die Atmung wahrnehmen. Die Atmung wahrnehmen, die Atmung wahrnehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann langsam die Übung. 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 Und dann langsam die Übung.